Mein Name ist Roga Braun. Ich bin 1,68 groß. Man braucht keinen Psychologen, um zu verstehen, dass das kompensiert werden muss. Da ist zum Beispiel mein Haus. Wert 30 Millionen Kronen. Dieses Werk da von Julian Opie ist etwa eine Viertelmillion wert. Die Jagd des kalydonischen Ebers von Rubens. Weißt du, wo es jetzt hängt? Nein. In der Wohnung von Klaas Grever. Das ist mein Mann, Roga Braun. Klaas Grever. Was meinst du, ist das wer? Einige Millionen. Bist du gefoltert worden? Solche Geschichten kennt man eigentlich nur vom Film? Nein, Roga. So was gibt's in keinem Film. Herr Gott, was ist hier los? Er ermittelt in Sachen Kunstraub. Ich dachte, sie wären für Mordfälle zuständig. Ja, aber diese Kunstdiebstähle nehmen überhand. Wir setzen alle freien Kapazitäten dafür ein. Ihr sollt uns erst mal wieder beruhigen. Was ist passiert? Stehenbleiben! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017